Hallo und willkommen bei Lifetech.de. Dies ist das Testvideo von einer der hochwertigsten Powerbanks, die ich bisher getestet habe. Bevor es losgeht, möchte ich mich bei Calibri für die Bereitstellung der Powerbank bedanken. Es gab bisher einige Tests von Powerbanks mit verschiedenen Akkugrößen auf diesem Kanal. Diese Powerbank von Calibri ist jedoch die bisher hochwertigste. Sie besteht fast komplett aus Aluminium und fühlt sich somit sehr hochwertig an. Sie kommt in einer schlichten Verpackung, in der sich ein Micro-USB-Kabel zum Laden der Powerbank oder zum Aufladen von Geräten mit entsprechendem Anschluss befindet. Der erste Eindruck der Powerbank ist durchaus überzeugend. Sie hat zwei USB-Anschlüsse, an die man Handys, Tablets und sogar andere Geräte anschließen kann, die über ein USB-Kabel geladen werden können. Der erste der beiden USB-Anschlüsse hat 1 Ampere, der zweite lädt Geräte mit 2 Ampere. Direkt daneben befindet sich ein Micro-USB-Anschluss, über den der Akku der Powerbank geladen werden kann. Das Laden des Zusatzakkus kann zwar ein paar Stunden dauern, man hat danach jedoch genügend Strom, um ein iPhone 6s fast dreieinhalbmal aufzuladen. Das Samsung Galaxy S6 kann man fast zweieinhalbmal aufladen. Somit müsste man auch an langen Tagen, an denen man sein Handy viel benutzt, immer genügend Akku haben. Da alle Geräte geladen werden können, die über ein USB-Kabel aufgeladen werden können, hat man zudem den Vorteil, dass man unterschiedliche Geräte mit der Powerbank aufladen kann. Und dabei kann man sogar zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Wenn man also ein Tablet und ein Handy hat, die beide aufgeladen werden müssen, kann man dies mit dieser Powerbank ohne Probleme machen. Den Akkustand kann man ganz einfach überprüfen, indem man auf den Knopf neben dem Micro-USB-Anschluss drückt. Auf der Oberseite des Akkus wird einem der Akkustand über vier kleine Lämpchen angezeigt. Dabei steht eine Lampe für 25% Akkustand. Da die Powerbank zudem nur ungefähr 21 Euro auf Amazon kostet, hat sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Powerbank mit 6000 mAh bekommt von mir also eine klare Kaufempfehlung. Die Powerbank von Calibri ist auf Amazon erhältlich. Den entsprechenden Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe dieses Video hat euch gefallen, lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Vergesst außerdem nicht mich zu abonnieren, um keines meiner wöchentlichen Videos zu verpassen. Das war LiveTech.de mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video gesehen habt. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020